Heute möchte ich mit dir brandneue News zu meinem Buch, das große Mysterium, veröffentlichen, weil es gibt so viele neue, wichtige Sachen und ich habe so viele Fragen von euch bekommen und möchte einfach in diesem Video auf alles eingehen. Also freue dich drauf, es wird sehr, sehr intensiv und sehr, sehr spannend. Ich habe Fragen bekommen wie, wann kommt das in den Vorverkauf, wann kommt das fixe Erscheinungsdatum, gibt es ein Hörbuch, was sind die ganzen extra Sachen, gibt es einen Workshop dazu, gibt es einen Online-Kurs dazu, gibt es Meditationen, ich habe so viele Fragen bekommen, ich habe so viele Leute geantwortet, dass es einfach zu viel geworden ist, weswegen ich dieses Video produziere. Also freue dich drauf, wir starten direkt mit einer wichtigen Sache und zwar das Buch wird verlegt über die Random Penguin Group, das ist eines der größten Verlagshäuser in Europa und über die Untergruppe Ansata, wo ich sehr, sehr zufrieden bin damit. Das Ganze ist so, ich habe das ganze Buch nicht einfach nur so entstanden, weil ich es einfach schreiben wollte, sondern du kennst mich ja vielleicht schon seit längerer Zeit, verfolgst vielleicht meine Videos und du weißt, dass ich seit vielen, vielen Jahren außerkörperliche Erfahrungen mache, luzide Träume, erweiterte Bewusstseinszustände, Seelenreisen und so weiter und dort in andere Dimensionen gehe und von höheren Bewusstseinsformen Informationen bekomme. Und ich habe über tausend Erfahrungen gemacht, irgendwann habe ich aufgehört zu zählen und irgendwann habe ich dann meine Aufzeichnungen durchgesehen, dass ich mir dachte so, da gibt es ein Muster dahinter, da gibt es einen roten Faden, das Ganze hat eine Verbindung zueinander. Und als ich dann eine Haupterfahrung hatte, die habe ich dann im Buch auch reingeschrieben, durch diese drei Tore, ist das Ganze dann so offensichtlich geworden, was damit gesagt werden will. Und danach folgten natürlich noch weitere Erfahrungen und die haben dann schlussendlich alle ein Muster ergeben. Und ich habe dann meinen Freunden von diesem Muster erzählt und von diesen Erkenntnissen, die ich dort erlebt habe, dass sie gesagt haben, wow, das ist so krass. Alleine beim Zuhören meiner Notizen und ich zeige dir meine Notizen dazu, das ist hier die ganzen Notizen dazu und noch ein eigenes Buch, wo ich auch diese ganzen Notizen dazu geschrieben habe, meine ganzen Erfahrungsberichte dazu, habe ich dann Leuten vorgelesen oder auch manchmal im Seminaren oder in YouTube-Videos und das Feedback war nur beim Zuhören, das macht etwas mit mir. Und irgendwann kam dann ein Freund zu mir und sagte, du musst ein Buch darüber machen, weil es könnte die Welt verändern, hat er gesagt. Und ich dachte mir so, ja, ich bin eher so, wenn es sein muss, muss es sein, aber das muss von einer göttlichen Führung kommen. Und dann ist vor allem das passiert, andere Freunde haben mir dasselbe gesagt und sie haben gemeint, ich muss unbedingt eine Leseprobe schreiben. Und dann bekomme ich eh das Feedback. Und dann habe ich die Leseprobe veröffentlicht, die kennst du ja vielleicht schon auf der Webseite dasgroßenmysterium.com und habe tausende Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen, das ist so krass, du musst unbedingt ein Buch darüber machen. Und jetzt habe ich dann mich gesagt, nur bevor ich dieses Buch schreibe, trotz dieser tausenden Leuten, die das Buch lesen wollen, brauche ich mal einen guten Verlag. Und das hat sich dann so gefügt, dass Thomas Schmelzer mit mir, ist ein guter Freund von mir und wir haben zusammen beschlossen, dass wir zur Ansata gehen und dort habe ich den wundervollen Jakob kennengelernt, der dort der Chef ist und der sehr begeistert war von diesem Buch. Und ich weiß noch, ich möchte erinnern, wir sitzen bei diesem Meeting, Thomas Schmelzer, der Jakob und ich sitzen da und sie sagen zu mir so und ich muss wirklich sagen, dieser Verlag ist der Hammer. Die waren so toll vorbereitet, die haben das ganze Manuskript gedruckt, da waren mehrere Leute im Meetingraum. Alles, was ich geschrieben habe, war markiert mit Leuchtstiftern, neben waren Notizen, die haben meine ganzen YouTube-Videos analysiert, die Kommentare analysiert und so weiter. Also richtig professionell. Krasser kann man sich das wirklich nicht vorstellen. In jedem Fall saßen die da und haben gesagt, sie würden gern das Buch verlegen, aber es gibt ein großes Problem. Und zwar, wenn man sich das Ganze, die Leseprobe ansieht, wirkt es ein bisschen wie das Buch Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh, weil ich in der Leseprobe lediglich einen ganz kleinen Ausschnitt von einer Diskussion mit einem höheren Bewusstsein veröffentlicht habe. Und die haben gesagt, das kommt nicht so gut an in der Zielgruppe, weil dann wird das halt als Kopie von etwas angesehen. Du musst deinen eigenen Stil finden. Du musst, haben sie gesagt, dich als Person in dieses Buch bringen. Und dann haben sie gesagt, wir haben deinen YouTube-Kanal analysiert und haben gesehen, was die Leute an dir feiern. Und das sind deine Erfahrungsberichte. Und dann haben die gemeint, du sollst dieses Buch verschmelzen mit deiner Identität, mit deiner Persönlichkeit und den Lesern auf eine Reise. Die Leser mitnehmen auf dieses Abenteuer nicht einfach nur den Inhalt, den du da in deinen Notizen hast, veröffentlichen. Und ich muss dann ganz ehrlich sagen, ich habe nicht gewusst, was die von mir genau wollen. Es war für mich sehr, sehr kompliziert, weil jeder weiß es, jeder, der mal so außerkörperliche Erfahrungen hatte oder Seelenreisen oder Breakthrough-Erfahrungen oder krasse DMT-Erfahrungen. Ein guter Freund von mir, Markus Berger, sagt immer so, das, was du dort erlebst, du kannst 100 Stunden darüber reden, das wird ein Witz sein zu dem, was du wirklich erlebt hast. Ich habe einfach keine Ahnung gehabt, wie ich das irgendwie in Papier bringen soll, weil es einfach immersiv war, weil es so viel war, das ist so der krasseste Marvel-Film überhaupt. Wenn du das Buch gelesen hast, wirst du wissen, wovon ich rede. Und ja, ich habe mir dann schwergetan, wie ich dann das Buch schreiben soll und habe mich dann hingesetzt und habe dann ein paar Monate nach diesem Meeting tatsächlich angefangen zu schreiben und habe dann angefangen, das erste Kapitel neu zu schreiben. Die haben gesagt, die ganze Leseprobe kannst löschen, fang alles neu von vorne an und ich habe dann angefangen, neu zu schreiben. Und dann ist Folgendes passiert, bevor ich dir gleich zu den ganzen Eckdaten komme. Ich habe geschrieben und ich bin ja in mir so eine Art Datenforensiker und Gerichtsgutachter gewesen. Das heißt, ja, sehr technisch und sehr analytisch und strukturell. Das heißt, ich habe dann angefangen, wie in der Leseprobe, zack, 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 das ist passiert, dann ist das passiert und dann ist das passiert. Und meine beste Freundin Lisa hat das dann gelesen und hat gesagt, das ist gut, aber das, was sie sich erwartet hat, war es nicht. Und das hat mich tief berührt. Das hat mich richtig erschrocken. Ich dachte, ich habe gut geschrieben. Ich bin dann ins Bett gegangen, weil es schon Abend war und konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Bin dann irgendwann sehr bald in der Früh kurz eingenickt und habe dort eine Art Download bekommen. Du wirst es nicht glauben, es war wirklich so eine Art Download. und bin dann in der Früh aufgewacht, komplett geredet, weil ich nur eine halbe Stunde oder so geschlafen habe, habe mich zum Computer gesetzt, habe alles, was ich geschrieben habe, gelöscht und habe von vorne angefangen zu schreiben. Und was dann passiert ist, das wirst du mir nicht glauben, ich habe dann nicht mehr geschrieben. Das war auch der Grund, warum ich jahrelang das Buch nicht schreiben wollte, weil ich einfach das perfekte Buch schreiben wollte, für mich persönlich perfekte. Und ich möchte so diesen Charakter haben, dass man weiß, okay, wow, das war ein Abenteuer und nicht einfach nur ein Buch. Und ich habe mich bis dahin nicht bereit gefühlt und auch bis zu diesem Tag nicht. Und nach dieser Nacht, ich schwöre es dir, ich habe mich hingesetzt und habe einfach runtergeschrieben und was dort gestanden ist, das war ein komplett anderer Stil. Also es war, wie wenn man mich austauscht und jemand anders schreibt durch mich. Der Jakob hat mir dann gesagt, das ist Stephen-King-Charakter. Also wirklich hardcore, 20 Jahre Autorenerfahrung mit Schreibstil, alles was dazugehört. Und das ist richtig krass gewesen dann. Und ich habe dann das Buch in drei, vier Stile aufgebaut, beziehungsweise das Ganze ist aufgebaut, indem ich die Einleitung mache, also die ganzen Kapitel, es sind ungefähr 20 Kapitel, die ganzen Kapitel sind aufgebaut mit und das ist passiert. Und das zieht sich komplett wie ein Roman bis zum Ende. Es ist aber kein Roman. Also es zieht sich durch, meine ganze Erfahrung. Also ich habe die ganzen Erfahrungsberichte, wobei ich keines davon auf YouTube hochgeladen habe, weil die einfach zu krass waren für YouTube, aus meiner Sicht. Aber fürs Buch geht es jetzt. In jedem Fall habe ich die dann veröffentlicht, also beziehungsweise die Einleitung geschrieben, dann die Erfahrung mir geschrieben und ich habe das Ganze in den Zeitformen so geschrieben, dass man beim Lesen das Gefühl hat, du erlebst das, was ich gerade erlebe. Da endere ich auch die Zeit beim Lesen. Das heißt, du wirst wirklich merken, okay, jetzt schreibt der Marco, der leitet die ganze Story ein und dann geht die Erfahrung los und du bist dann der, der es erlebt und bist mittendrin und das ist live in der Lifetime. Und dann kommen Channelings und dann kommen danach meine Erkenntnisse aus dieser Erfahrung in Kombination mit diesem Gespräch oder mit dieser Erfahrung, die ich hatte und bevor die Erfahrung losgeht, erkläre ich immer eine Technik, wie ich diese Erfahrung indiziert habe. Weil ich habe die meisten Erfahrungen mit unterschiedlichen Techniken indiziert und das ganze Buch ist auch so eine Art Praxisbuch, wo ich viele Techniken zeige, wie ich diese krassen Erfahrungen indiziere. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ja. Und dann habe ich es geschrieben, habe es dem Verlag geschickt und dann habe ich diese Antwort vom Lektorat bekommen beziehungsweise vom Chef des Verlags geschrieben, lieber Marco, in den letzten Tagen habe ich mich intensiv mit dem großen Mysterium beschäftigt und es war eine riesengroße Freude. Inhaltlich ist es großartig, auch wenn so viel drinsteckt, dass man es eigentlich drei- oder viermal lesen könnte, um alles zu erfassen. Wirklich bemerkenswert finde ich deinen schriftstellerischen Flow, mit dem du die komplexen Inhalte vermittelst. Alles wirkt absolut authentisch und kriegt unverwechselbar ein echt einzigartiges Leseerlebnis. Und dann hatten wir noch ein Meeting danach, wo wir es stundenlang, wo er stundenlang gesprochen hat, wie toll das Buch war und das hat mich sehr, sehr begeistert, dass dieses Switch auf einmal sich auch ausgewirkt hat im Buch. Und das war auch genau mein Ziel, weswegen ich das Buch bis dahin nicht geschrieben habe. Ich bin da sehr offen und sehr transparent, weil es ist mir einfach wichtig, mit meiner Community und mit dir einfach auf einer Ebene zu sein, dass du einfach faktisch weißt, was Sache ist. Und ich finde, Authentizität ist einfach das Beste. Und alle, die mich persönlich kennen, wissen, und ich bin genauso wie vor der Kamera. Ja. Dann hat der Verlag gemeint, als dann alles fertig war, es sind, wie du schon gelesen hast, sehr, sehr viele Inhalte und sehr komplexe Inhalte, was dich nicht abschrecken sollte. Aber ich selber habe das Buch geschrieben, habe das Ganze erlebt, habe es jetzt mittlerweile ungefähr zehnmal noch gelesen wegen den Lektorratskorrekturen und so weiter und kann dir immer noch sagen, wenn ich es das elfte Mal lese, dann lerne ich neue Sachen dabei. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Buch, was man mehrmals lesen kann und immer mehr versteht, was dort drin steht, obwohl man am ersten Mal eh schon viel versteht, aber die Zusammenhänge werden dann immer klarer. Das ist, weil das Ganze, die ganzen Erfahrungen, die ganzen Erkenntnisse und die ganzen, das Wissen, was kommuniziert wird, baut sich aufeinander auf und es gibt gewisse Grundbotschaften, die man erst am Ende des Buches versteht und wenn man die dann, das Buch gelesen hat, dann versteht man, worum es geht und wenn man dann nochmal von vorne anfängt, das ist das Krasse, dann durch das Verständnis des ganzen Buches am Ende liest du das ganze Buch von vorne und du liest komplett ein anderes Buch, weil du mit einer komplett anderen Perspektive, mit einem anderen Wissen diese Inhalte liest und dir kommt es dann vor, ach, das, was in dieser Zeile steht, das verstehe ich jetzt erst und das macht alles noch viel, viel mehr Sinn. Also so ist das Buch geschrieben und je nachdem, wie oft du es gelesen hast, desto krasser wird die Erfahrung der Bewusstseinserweiterung und der Klarheit in diesem Buch, was es wirklich nicht heißt, dass das Buch komplex ist oder kompliziert geschrieben, es ist hochgradig einfach geschrieben aus meiner Perspektive und es ist einfach so viel Wissen drin, dass man wahrscheinlich überfordert ist und deswegen habe ich auch am Ende eines jeden Kapitels das ganze Buch grob zusammengefasst auf ungefähr einer Seite, dass man einfach das Kapitel komprimiert mit meinem Wissen und Verständnis hat, weil oft liest man das und denkt sich so, ja, super, aber wenn man meins gelesen hat, ah, jetzt verstehe ich, wie das gemeint ist und mit dieser Perspektive liest du dann weiter und deswegen habe ich das noch mit eingebaut, damit das noch, noch klarer wird. Ja, das ist sozusagen das, die Story hinter dem Buch und ich bin so froh, dass es abgegeben wurde, dass es veröffentlicht ist und jetzt kommen wir zu diesen ganzen wichtigen Dingen und zwar sind die ganzen Termine und zwar das Veröffentlichungsdatum des Buches sollte Anfang November sein, das heißt, in Thalia und Amazon und den ganzen anderen Großhändlern kann man das Buch ab jetzt, wenn alles gut läuft, schon vorbestellen, das heißt, falls das wirklich so ist, dann gibt es in dem Video und in meinem ersten angepinnten Kommentar einen Link dazu, wo du dir das vorbestellen kannst und ab dem ersten Mal, vielleicht sogar ein paar Tage vorher, aber in der Regel erster Mai plus minus paar Tage, wird es dann offiziell veröffentlicht, ja, und, also, erster Mai 2024 und für mich ist es sehr, sehr wichtig, weil das ist kein normales Buch, es ist ein ganz, ganz besonderes Buch, es ist ein Buch aus einer anderen Dimension, weil, wie gesagt, wenn du es lest, dann wirst du wissen, wovon ich rede, die Inhalte sind so crazy, das ist so, ja, ich will dich gar nicht zu viel Erwartungshaltungen da einbauen, es ist auf jeden Fall krass, ja, und ich bin jemand, der viel gelesen hat und ich weiß, was das bedeutet, ja, in jedem Fall möchte ich das Buch als Spiegel-Bestseller deklarieren und da brauche ich deine Hilfe, ja, und die Spiegel-Bestseller-Liste funktioniert in der Regel in der ersten Woche, das heißt, wenn das Buch am ersten Mal erscheint, müssen eine gewisse Anzahl von Verkäufen da sein, ja, und deswegen möchte ich dich einfach bitten, mich zu unterstützen, das Buch vorzubestellen, das heißt, jede Vorbestellung zielt für diese erste Woche als Auslieferung, damit ich auf diese Liste komme, weil nur so wird das Buch einen gewissen Status erreichen, dass es dann auch wirklich viral wird, weil ich bin mir felsenfest davon überzeugt, dass dieses Buch die Welt verändern könnte mit dem Wissen, was da drin steht und mit den Erkenntnissen, wenn man es verstanden hat, was da drin steht, ja, und wenn man aus dieser Perspektive dann die Welt betrachtet, ja. Es geht eben darum, in ein höheres Bewusstsein zu kommen, in ein Erleuchtungsbewusstsein, in ein göttliches Bewusstsein hineinzukommen und aus der Perspektive der Liebe ohne die ganzen Bewertungen, ohne die ganzen Verurteilungen, ohne das ganze Hass, Wut, Zorn als Filtersystem die Welt zu betrachten, durch die Perspektive der Liebe, die Realität zu sehen und durch die ganze göttliche Führung alles zu betrachten und da ist das Buch nicht nur eben ein Roman, wo diese ganze Geschichte, meine Erfahrungen dokumentiert sind, sondern auch diese Kommunikation zwischen dem höheren Bewusstsein, dem göttlichen Bewusstsein und dem Leser ist auch drin und dazwischen sind noch ein unbewusster Hypnose, Hypnosen drin, die in dir dieses göttliche Bewusstsein erwecken, ja. Also lese es dir einfach durch, du wirst wissen, was ich meine. Ja und dann gibt es noch weitere Fragen, und zwar wird es, was sehr oft von euch gekommen ist, wird es ein Hörbuch geben, wir haben im Verlag gesprochen, da das sozusagen ein spirituelles Buch ist und auch ein Channelingbuch, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass es als Hörbuch kommt, es sei denn, es gibt genug Vorbestellungen oder genug Verkäufe, dass dann das ausreicht, dass man dann den Aufwand für ein Hörbuch macht, ja. Das heißt da, wenn jemand ein Hörbuch möchte, bitte vorbestellen, dass diese Zahl erreicht wird, dass wir dann ein Hörbuch produzieren können, ja. Und im Hörbuch, es gibt verschiedene Sprachweisen und ich werde meinen Teil sprechen, wenn es ein Hörbuch geben sollte und ein professioneller Sprecher wird eben das ganze gechannelte sprechen, ja. Es wird, es wird einen kostenlosen Online-Kurs zum Buch geben, denn das Buch, es wird, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht jeder verstehen, ja. weil es einfach sehr, sehr fortgeschrittenes Wissen ist, was eben jetzt erst auf die Erde kommt und dadurch habe ich einen kostenlosen Online-Kurs produziert, das werde ich noch produzieren, aber wenn das Buch veröffentlicht wird, wird der Kurs fertig sein und man kann dann diesen kostenlosen Kurs als Buchkäufer dann auch anschauen, ja. Der Kurs kostet in der Regel über 100 Euro und dann werde ich jeden Leser schenken und in diesem Kurs wird es einfach darum gehen, dass ich dieses Buch zerlege und dir diese ganzen Sachen, die man vielleicht nicht beim Lesen versteht, durch meine Worte, durch meine Perspektive verständlicher bekommt, damit man dann während dem Video die Inhalte noch klarer erfasst und wenn man nach diesem Kurs das Buch dann nochmal liest, dann wird es einen großen Sprung geben, ja. Dann ist das Buch auch so aufgebaut, dass da die ganzen Erfahrungen, die gemacht werden, auch die ich mache, eigentlich wie in Meditationen passen und ich werde wie das Gate-Programm eigene Meditationen produzieren, die eben auch für dieses Buch da sein werden. Die kommen auch übrigens in meine Brainwave 3D-App, ja. Und es wird Anfang Juni, wenn alles gut läuft, in Bern bei der Quelle meinen ersten offiziellen Workshop geben zu diesem Buch, so eine Mischung zwischen Lesung und Workshop, wo ich über dieses Buch rede, Fragen beantworte und eben einen Workshop draus mache und ein Art Seminar. Und viele haben gefragt, ob es eine signierte Version gibt, wird es geben, aber das wird ein bisschen anders sein, also man sollte auf jeden Fall das Buch kaufen und ich schicke dann ein eigenes Buch dazu, was signiert ist, aber da werde ich mir das Konzept noch genau überlegen. Aber es wird auf jeden Fall nicht so sein, dass man es bei mir bestellt, weil alles, was ich vorher beziehe, wird nicht über die Tracking-System von Spiegel-Bestseller gelistet, weswegen ich das vorher nicht machen kann, das heißt, du müsstest das Buch bestellen und ich werde dir ein eigenes Exemplar schicken und du kannst dann das weiterleiten an deine Freunde oder wie auch immer. Auf jeden Fall wird das so ungefähr ablaufen, aber ich werde da auf jeden Fall ein eigenes Video machen, wie ich erkläre, wie man zu den signierten Versionen kommt. Dann noch eine coole Sache, ich habe schon einen Auftrag vom Verlag bekommen für ein eigenes Praxisbuch, weil als ich das Buch fertig geschrieben habe, ist etwas Verrücktes passiert, aber ich will es, das würde den Rahmen sprengen, das jetzt noch zu erzählen. Es ist auf jeden Fall was passiert, wo man diese ganzen Erkenntnisse, ich habe dann erst, als das abgetippt war, hat sich bei mir im Gehirn was verdreht und ich habe dann Dinge verstanden, die ich vorher nicht verstanden habe und seitdem ist es so, wenn ich mit Menschen rede, sehe ich sofort, was deren Themen ist und wie man diese Themen auflösen kann, um eben in dieses Bewusstsein hineinzukommen. Aber das bedarf halt eines tieferen Verständnisses und da ich das Buch schon zehnmal gelesen habe und das Ganze im Buch erlebt habe, habe ich dieses Verständnis mittlerweile und durch dieses Verständnis habe ich dann Menschen helfen können im Gespräch und das war so krass, weil man einfach das Wissen im eigenen Leben dann anwenden kann, was nicht heißt, dass ich derjenige bin, der das kann, sondern wenn du es ein paar Mal gelesen hast und verstehst, dann kannst du das genauso, aber auf jeden Fall hat das bei mir krass funktioniert und seitdem kann ich Menschen helfen, wenn ich mit denen rede und das war so cool mitzuerleben, wie bei einem Gespräch, was fünf Minuten dauert, der andere heult und seine ganzen Themen aus der Kindheit einfach sich aufgelöst werden, weil sie verstehen, warum das geschehen ist und das macht eben auch dieses Buch und da hat der Verlag gemeint, also ich habe ihm die ganze Story dahinter erzählt und er hat gemeint, das ist so krass und das sind so verrückte Erkenntnisse und Techniken, das würde den Rahmen dieses Buches sprengen, dieses Wissen und diese Techniken noch einzubauen, dass ich eben schon den Auftrag bekommen habe, ein eigenes Praxisbuch zu schreiben, welches ein halbes Jahr später kommt, also wenn alles gut läuft, im Oktober 2024 kommt das Praxisbuch dazu, wo, das ist keine Wiederholung und Essenz von dem großen Mysterium, sondern das ist ein eigenes Buch, wo es nur darum geht, und wie du das Wissen aus diesem Buch, was sind die Kernessenzen und wie kannst du das in deinem persönlichen Leben anwenden, also richtig, richtig coole Sache und das ist auch notwendig bei diesem Wissen, was da drin steckt, weil es ist nämlich so, so viel und ich muss auch gleich sagen, da ich jetzt nicht einfach nur das, was hier drin steht, in das Buch gepackt habe, sondern meine ganzen Erfahrungsberichte als Roman mit eingepackt habe, also es ist wirklich wie so ein Kinofilm, also es ist crazy, ist es so, dass nicht alles von hier in das Buch gepasst hat und es wird mit aller Voraussicht drei Bänder geben, drei Teile, also es wird das erste Buch geben, dann das Praxisbuch dazu, dann das zweite Buch, das Praxisbuch und dann das dritte Buch und dann das Praxisbuch zum dritten Buch und das wird sozusagen dann das Ganze abschließen und meine ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, komprimieren und schlussendlich das Ganze dann dich in ein höheres Bewusstsein schieben, auch beim ersten Buch natürlich schon, es hat einfach nicht hineingepasst von den Worten. Ja, das ist das, was ich dir in diesem Video vermitteln wollte, ich hoffe, ich konnte die wichtigsten Fragen beantworten, die so gestellt wurden, falls du zu diesem Buch eigene Fragen hast, bitte stellst mir unter diesem Video, ich werde natürlich ab jetzt mehr Videos produzieren, auch eine Videoserie zum großen Mysterium machen, wo ich auch ein paar Sachen vorlese und so weiter, dass du einfach Einblicke in das Buch bekommst, vor allem so wie es jetzt geschrieben ist, das ist wirklich ganz anders als die Leseprobe, da schreibst du einfach unten rein und ich werde auch in deine kommenden großen Mysterium-Videos dann auf diese Fragen, die du jetzt unter diesem Video stellst, natürlich eingehen. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken für dich, dass du Teil meiner Community bist, dass du dir dieses Video ansiehst, dass du das Video unterstützt, indem du es likest, kommentierst, indem du es an deine Freunde weiterleitest, indem du das Buch vorbestellst oder mehrere vorbestellst für deine Freunde, ich kann dir auf jeden Fall versichern, du wirst nicht enttäuscht sein, das Buch wird richtig crazy sein. Wichtig ist nur, dass du deine Erwartungshaltung trotz dieses Videos wirklich nach unten schraubst, überhaupt nichts erwartest vom Buch, dann wirst du noch mehr überrascht sein von dem, was steht, wenn deine Erwartungshaltung hier ganz, ganz oben ist, dann wirst du vermutlich enttäuscht werden und das hat nur was mit der Psychologie des Gehirns zu tun, dass du das weißt. In diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank und ich freue mich wirklich sehr, vor allem wenn das Buch dann veröffentlicht ist, auf deine Meinung in den Amazon-Rezensionen, was du dazu sagst, ich bin echt, echt überrascht und das ist wirklich für mich so, es gibt eine Zeit, bevor das Buch veröffentlicht wurde und eine Zeit, nachdem das Buch veröffentlicht wurde, weil ich weiß, dass es sehr, sehr viele menschliche Bewusstseins verändern wird und dass es sehr, sehr viel in deinem Leben verändern wird und deswegen bin ich einfach dankbar, dass ich diese Erfahrungen machen durfte und das Buch in der Welt tragen darf, um das kollektive Bewusstsein einfach mehr in die Liebe zu bringen. In diesem Sinne vielen lieben Dank fürs Zusehen und ich freue mich sehr, dich im nächsten Video wieder zu sehen. bis zum nächsten Video